Tell Martha not to moan Martha not to moan Pharaohs army Pharaohs army Don't you know they're dry Down in the desert I'm singing Mary Oh Mary, don't you want Martha not to moan Oh Mary Oh Mary, don't you want Tell Martha not to moan Martha not to moan Oh Mary, don't you want Ich sag, zerstörst du mich an Musicbox. Was ist mit dir los? Jemand hat was geworfen. Na, so ein Pech. Tja, man kann von der Schlange gebissen werden, wenn man in den Dschungel geht. Das merke ich mir, wenn ich das nächste Mal durch den Dschungel laufe. Sag mal, was war das vorhin für ein Song? Wir haben ihn ja nur zur Hälfte gesungen. Mary, Don't You Weave, das ist ein ganz alter Gospel. Mann, den haben doch alle Chöre im Programm, den kennst du nicht? Mein Radio hat schon lange aufgegeben, seitdem hab ich nichts mehr gehört. Ist aber ein guter Song. Ja. Bei euch klang der Hit. Die Zuschauer waren jedenfalls ganz schön aufgeheizt. Und du? Machst du auch Musik? Nur so schaff ich's hier drin nicht durchzudrängen. Wie lange musst du sitzen? Fünf bis dreizehn Jahre. Was hast du angestellt? Einen Anzug geklaut. Dafür hast du fünf bis dreizehn Jahre bekommen? Der nächste. Hier rüber. Das ist ganz schön lange, Mann. Wem sagst du das? Kriegst du Bewährung? Die Kommission sagt, ich brauche eine dauerhafte Adresse und einen Job. Aber ich kenne hier niemand. Wo sind denn deine Leute? Mein Daddy ist in der Armee. Meine Mama ist weg. Tut mir leid für dich. Wirklich, ja? Du findest, ich hab gut gesungen? Ja, Mann. Du hast ein Gefühl für den Swing. Setz spät ein. Das braucht ein guter Song. Er muss mit Leben gefüllt werden. Wenn das Gefühl fehlt, dann bewegt er einen nicht. Und das heißt, er bewegt niemanden. Da geht's. Ich schauke mich. Wenn ich, ich würde, ich würde, ich würde auf der, auf der, wo Moses stand, Feroe der Armee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020